Das ist mein Mann. 1990 war er Fußball-Weltmeister und so fit wie damals ist er heute immer noch. Jeden Morgen macht er die Wälder unsicher. Anschließend trainiert er Schnellkraft und Muskeln. Denn die römische Lebenseinstellung Mens Sana in Corpore Sano, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper, ist auch die unsere. Gerade was die Ernährung angeht, gehen wir keine Kompromisse ein. Wir schöpfen unsere Kraft aus der Natur. Jetzt hat er sich solche Mühe gegeben, dabei geht das doch so einfach. Für unsere Gesundheit ist das Beste gerade gut genug. Und deshalb verwenden wir nur Dr. Görg. Das sind nämlich erntefrische Bio-Kokosmaus-Produkte. Die Dr. Görg Kokosöl-Produkte sind aus meiner Küche nicht mehr wegzudenken. Sei es das Bio-Kokos-Öl, das Bio-Kokos-Muss, das Bio-Kokos-Mehl oder die Bio-Kokos-Raspeln. Ja und Fußball wird natürlich auch noch gespielt. Nur Dr. Görg bietet Ihnen die erntefrische Garantie, dass die Herstellung innerhalb von drei Tagen nach der Ernte erfolgt, unter 38 Grad Presstemperatur. Nur wir bieten Ihnen eine Kokosöl-Qualität mit einem Laurinsäure-Gehalt von bis zu 59 Prozent. Ich bin Manfred Görg. Für beste Kokosqualität bürge ich mit meinem Namen.